Was heute passieren wird. Willkommen hier zur absoluten Höllenherausforderung. Wir haben Singapur, Nachtrennen, Start Grand Prix, Hardcore und das ist wirklich eine Strecke, die es jedes Jahr in sich hat. Der Maria Bay Street Circuit ist eine unfassbare Hölle. Abonniert gern kostenlos den Channel und wir gucken mal hier auf diese 5,0 Kilometer lange Strecke, 19 Kurven und 3 DRS Zonen. Seitdem es umgebaut worden ist, muss ich zugeben, ist die Strecke viel fahrbarer geworden. Markenzeichen natürlich hier dieses 3-gebäudige Schiff. Abonniert gern kostenlos, wie gesagt, schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Und jetzt geht es mal los. Hier in unsere Finale Qualifying Runde. Turnlines ganz, ganz schwierig. Und hier dann raus aus der ersten Kurve. Hier gab es auch schon den ein oder anderen Skandal, ich denke an 2008 zurück, an Bruno Senna, der hier mit Absicht gecrashed ist an einer Stelle, wo man Safetyker benötigt hat. Das war alles ein perfider Plan von dem damaligen Renault Teamchef Flavio Preatore. Der wurde dann auch auf Lebenszeit gesperrt. Was Lebenszeit bedeutet, ist jetzt eher fraglich, denn mittlerweile läuft er auch wieder in Formel 1 Grid herum. Jetzt aber hier zurück. Sektor 1 war toll. Purple im ersten Sektor. Jetzt kommt so ein bisschen das Schwierigere. Denn wir haben den Mittelsektor, der wirklich viele, viele Hardcore-Kurven in sich hat. 1,3 Sekunden. Es hat geregnet zur Erklärung vorhin. Und deswegen haben wir auch hier, also im Qualifying, haben wir auch hier einen eher mittelmäßigen Grip. Ich rutsche gegen die Mauer. Das war nicht ein Coolproblem. Das war einfach ein Skillproblem, weil ich hier einfach zu dumm herumgefahren bin. Eine Sekunde ist im Delta. Jetzt hier rausbeschleunigen. Die ist auch tricky, die Kurve, denn die hat Track Limits. Das ein Start-Completed Track Limits hat. Das finde ich interessant auf jeden Fall. Jetzt geht es in die einzige Kurve, die uns da vom letzten Sektor eigentlich 1 zu 1 übernommen worden ist. Rechts immer wieder. Sehr schön zu sehen, wie nah die Hinterreifen an die Mauer drankommen. Los geht es hier in die letzte Kurve rein. Wo bleibt die Uhr stehen? Gucken wir uns das Ganze in der Startaufstellung an. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dennis Hauger fährt auf die Pole Position. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Ocon, Verstappen, Zunoda, Sainz, Russell, Oscar Piastri, Duhan, Daruvala, Norris, Gasly, Straw, Liam Lawson, Theo Pocher, Sargent, Magnussen, De Vries, Joe Albon, Leclerc und Philippe Drogovic. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Erlöschen Hauger deckt mich ab und ja, Ocon übernimmt einfach mal so easygoing die Führung. Die Red Bulls auch wieder sehr stark. Es hat teilweise so ausgesehen, als ob da wirklich die Mercedes wieder da wären. Aber in Singapur ist dann doch eher McLaren, aber vor allem auch hier ungewöhnlicherweise Red Bull dabei. Okay, okay, okay. Das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt aber mal hier zurück. Ein leichter Querstirm, wir fahren mit Traktionskontrolle mittel, selbst schalten, selbst bremsen. Das macht das Ganze natürlich jetzt nicht wesentlich einfacher auf einer Strecke, die meiner Meinung nach mit Monaco einer der härtesten überhaupt ist. Hauger hier mit einer interessanten Linie. Dann geht es über die Brücke drüber. Die ist auch verdammt eng. Rechts hast du gleich eine zweite, also das ist eine Hin- und Rückbrücke. Die zweite ist aber eher jetzt nur im Rennen für irgendwelche Marshals, die da drüber gehen dürfen. Ja, es scheint mir so, als ob ich Probleme hätte, hier die Pace zu gehen. Also Ocon ist da wirklich aktuell mal fehlerlos. Der zieht da vorne mal an einer, ja, zieht da vorne mal so eine unfassbare Pace ab. Ich muss mich hier mal an Hauger dran arbeiten. Selbst das wird ohne die Rales eine ganz, ganz schwierige Sache. Ist natürlich blöd, dass wir hier beim Start so viel, ja, Pace-Platz verloren haben. Das ist echt, hätte nicht sein müssen. Apropos, ja, da meldet sich jetzt auch noch Yuki hier zu Wort und will auch noch vorbei. Bro, du bleibst hinten. Du gehst absolut nicht vorbei. Mann, ich will auch unbedingt mal aufs Podium. Jetzt gucken wir uns mal die Start-Rip-Lehre an. Oh, guter Start von Max Verstappen. Auch vierter Platz, das ist sehr, sehr stark. Ja, ist halt natürlich blöd, dass wir hier dann tatsächlich chancellos waren. Ich weiß auch nicht genau, was der Plan von Hauger war. Er lässt da die Ideallinie offen für Ocon, nur dass er mich abdeckt. Also mein Start war jetzt nicht so absolut überjüdisch, dass ich ihn da easy into a lens geschnappt hätte. Also das könnt ihr mir glauben. Ihr habt es, glaube ich, auch selbst gesehen. In der letzten Kurve war ich dann wieder nah dran. Aber gerade so aus, ja, da war er eher wieder so langsam. Ich musste hier vom Gas gehen. Und dann war das natürlich, ja, Yuki konnte da mit vollem Schwung aus der letzten Kurve raus und hat da tatsächlich alles gemacht. Jetzt, dritte Runde mit der Race-Hilfe, sind wir mal an Hauger näher dran. Ich probiere mich hier nebenhin zu setzen, aber ich weiß aus vergangenen Rennen, dass das hier sehr ungemütlich werden kann, wenn du dich hier hin platzierst. Hauger ist hier tatsächlich, ich bekomme die Verwarnung, Hauger fährt mir dreimal vor das Auto. Also, okay, gut, gut, lasst, akzeptiere ich so, egal. Apropos akzeptieren. Ich muss mich hier tatsächlich mal finden. Der bremst hier so hart, kein Ocon ist jetzt schon über zwei Sekunden weg. Und genau an den Stellen, wo ich überholen könnte oder wo ich, ja, nah genug dran wäre, kann ich nicht überholen. Und an den Stellen, wo man überholen kann, fehlt mir dann das ein oder andere Meterchen. Und apropos, hier könnte man doch auch easy eine kleine DS-Zone einbauen, dass man sich dann eventuell auf Start und Ziel dran saugen kann. Würde auf jeden Fall passen, vier DS-Zonen für einen Start-Komplett, ist dann halt schon Hardcore. Aber, ja, jetzt hier vierte Runde. Es hat sich nicht viel getan, außer dass Ocon nochmal zwei Zehntel gefunden hat. Aber vielleicht wage ich hier noch einmal den Versuch bei fast fünf Zehntel Rückstand. Ist das allerdings nahezu unmöglich, auf dieser Geraden sich da irgendwas, ja, da zu erarbeiten. Also das ist wirklich, ah, es ist heute ein bisschen mühsamer. So ein Rennen ist halt eine ganz, ganz, gerade so ein Start-Komplett, der ist halt wirklich mit, na, wie heißt das Wort, was ich suche? Mit Geduld zu ertragen, denn du musst halt wirklich aufpassen, aufpassen, aufpassen und dann am richtigen Moment eventuell einen strategischen Move ziehen oder, oder hier einfach mal was wagen. Also, das wäre, ja, jetzt irgendwann mal echt an der Zeit, auch Yuki, der hält da wirklich sehr bärenstark mit, auch dahinter Max und auch der Ferrari dahinter. Das ist alles eng zusammen, wir sind sieben Zehntel von Yuki weg, der wiederum ist nur ein paar Zehntel von Verstappen weg und ich, ja, hänge hier hinter Hauger fest. Das Gute ist, es kristallisiert sich jetzt so ein bisschen raus, dass Ucon jetzt doch nicht so eine überaus, eine überjüdische Pace hat, was mich natürlich so ein bisschen hoffen lässt, dass ich das schaffe. Jo, wir sind immer noch hinter Dennis Hauger und fünfte Runde, es ist halt wirklich sehr, oh mein Gott. Das war close, das war sehr close. Okay, so we're leading our teammate by 1.9 seconds. Wir sind mittlerweile in der achten Runde und, ja, ab diesem Moment müssen wir ein bisschen schauen, denn wenn vielleicht irgendwie ein Undercut, aber auf einer Strecke wie Singapur, glaube ich, würde sogar ein Overcut funktionieren. Also, da bin ich noch ein bisschen, hm, zwiegespalten. Ich muss jetzt endlich mal an Dennis Hauger vorbei, also bitte jetzt, komm, wir sind so nah dran, wie schon lange nicht mehr. Zwei Zehntel nur noch, auch 2,2 Sekunden, Ocon kommt jetzt auch nicht weit von uns weg, auch Yuki, der bleibt ganz, ganz äisernder dran, aber Hauger wieder. Der ist wie ein Schweizer Uhrwerk, der Prä, der deckt ab, es ist so unmöglich an dieser Strecke, wenn der Vordermann nicht einen Fehler rein hat, dass man hier irgendwas macht. Es ist wirklich sehr, sehr zum Verzweifeln. Neun Runden, fahre ich mittlerweile hinter Dennis Hauger her und ich habe den noch keinen einzigen Fehler machen sehen, vielleicht einen Rutscher oder so, aber das ist wirklich Masterpiece, was der da heute zeigt. Das ist wirklich Masterpiece und ich kann da kaum irgendwie dagegen, ich meine, ja, ich bleibe immer in diesem halben Sekundenfenster, aber das, dass, dass ich mir dann so, oh, easy, den hole ich mir jetzt auf der Gerade, nein. Also, ich weiß ganz genau, nein. Hier DRS wäre natürlich top, denn ich sauge mich durch die eine DRS-Zone dran und könnte ihn hier Richtung dieser Kurve pushen. Natürlich müsste man die Kurve ein bisschen ausbauen, denn wenn du damit ein bisschen mehr Speed reinkommst, musst du da hinten auch mehr Barrieren haben, eventuell irgendwas mit Keys oder so. Und ja, auch Esteban Ocon fährt weiter, wir gehen mittlerweile in die zehnte Runde rein, jetzt sind wir schon in der zehnten Runde drin. Ich bin immer noch die halbe Sekunde weg, aber Ocon hat PES ein bisschen angezogen, was darauf deutet, dass er jetzt in die Box abbiegen wird. So ist es auch. Esteban Ocon geht also in die Box, wir übernehmen den zweiten Platz und müssen uns, ja, wäre jetzt natürlich top, wenn ich Dennis Hager irgendwie jetzt oder so rund um die Out oder Inlab wieder überholen oder mal überholen könnte, dann könnte ich mich eventuell an Ocon dran arbeiten. Wie auch cool, wenn der ein bisschen im Verkehr stecken bleibt, schaut mir aber nicht so aus. Der steht, by the way, immer noch in der Box, der kommt weit hinten raus, das ist wirklich nicht gerade das, was ich mir gedacht habe. Jetzt Dennis Hager ganz, ganz spät bremsen und so ist es auch, Leute. Ganz, 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 ganz spät an der Bremse. Ich habe hier nochmal ein paar Zehntel gefunden. Jetzt, nein, Teamkollege in der Box. Ich habe es dreimal angekündigt und diese Idioten schicken uns gleichzeitig in die Box. Wie blöd kann man denn sein? Ein Audi, ja. Also wirklich, das ist nicht mehr von dieser Welt. Jetzt der Boxenstopp soll gelingen und reicht es uns? Es ist fast eine Unsafe-Release. Wir fahren in dem McLaren drinnen. Das war, ja, quasi eine Unsafe-Release, oder? Also da gibt es keine zwei Meinungen. Das war sehr, 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 sehr umstritten. Dieses knappe, diese knappe Sache. Wann dann wäre aber ich bestraft worden? Da bin ich mir auch fast sicher. Jetzt hier Dennis Hauger ganz, ganz knapp dran. Ich probiere hier reinzugehen. Muss innen über den Körper drüber. Ich drehe das New Race auch auf. Setze mich noch einmal hinter Hauger. Aber jetzt schaut es sehr gut aus für uns. Unter zwei Zehntel. Wir kommen hier mit einem Überschuss angeschossen und gehen hier in dieser Kurve. Er bleibt hinten. Wir können außen hier an Hauger vorbeigehen. Was für ein Masterpiece. Wir verlieren aber nochmal fast zwei Sekunden auf Wokon. Und das könnte heute tatsächlich bedeuten, dass die zweite Platz Endstation ist. Also, dass wir weiter als auf den zweiten Platz kommen, das scheint mir fast unmöglich zu sein. Da müsste ich schon den God Mode entern, um da was reißen zu können. Doppelführung für Red Bull. Aber natürlich mit dem Blow Twist, dass Russell noch nicht in der Box war. Also, Wokon wird auf jeden Fall die Führung wieder übernehmen werden. Wir bleiben auch zweiter auf UK und so weiter. Die werden alle da bleiben. Und jetzt gucken wir uns dieses Überholmanömer noch an. Auf das ich wirklich so lange gewartet habe. Das ist jetzt mal Runde drei. Da war ich ja schon einmal näher dran. Traute mich aber nicht so richtig. Vierte Runde. Es ist immer der Audi hinter dem McLaren. Der McLaren vor dem Audi. Es ist wirklich eine ganz, ganz zare Nummer gewesen. Also wirklich ganz, ganz zart. Und jetzt hier der neunte Runde. War ich auch nicht an ihm vorbei. Nein, das war immer noch mit dem roten Reifen. Wir waren ja erst in der elften Runde der Box. Also können, also ja, auch hier ganz, ganz nah. Aber mir fehlt auch auf, Yuki war auch immer nah dran. Also wenn der ein Fehler, ein größerer Fehler von mir drin gewesen wäre, hätte glaube ich auch Yuki da ganz große Karten oder ganz, ganz, eine ganz große Chance gehabt, ihn hier, uns hier irgendwie anzugreifen. Die zehnte Runde und das war dann auch die Runde, wo Yuki in die Box ging mittlerweile. Waren wir ja alle schon drin und jetzt hier die elfte Runde. Wir waren in unserer letzten Runde und da war ich verdammt nah an der Mauer dran. Also das ist wirklich... Zwölfte Runde und da mit dem gelben Satz. Wir gehen hier innen mal an ihn dran. Ich war auch hier eigentlich nebeneinander, habe aber zurückgesteckt, weil ich genau wusste, das TRS wird uns hier weiterhelfen. Und dann saugen wir uns hier dran. Es war so genial. Hier dann außen über den Körb drüber und da war es... Oh mein Gott, die Track Limits, aber so knapp waren wir da drinnen. Das war wirklich... Der Powerslide auch ein Traum. Siebzehnte Runde mittlerweile. Erster Balocon ist nur noch drei Sekunden vor uns. Also der hat da auch... Jetzt in freier Fahrt haben wir eine wesentlich schnellere Pace, als ich mir das träumen hätte können. Also wirklich, gerade im Rennen hier, so eine starke Pace, die hätte ich heute echt nicht gedacht, dass wir die am Tag legen können. Siebzehnte, fünf Runden sind es noch zu gehen. Und es könnte, ja, so ausgehen von mir aus. Also es war wirklich ein Top-Rennen. Hat mir persönlich unheimlich viel Spaß gebracht und gemacht. Ja, mein Teamkollege leider wieder nur auf dem sechsten oder siebten Platz. Ich kenne die Farben nicht ganz auseinander. Ich glaube aber eher siebter Platz. Ist natürlich jetzt eher nicht so gut. Aber ja, das kann man jetzt auch nicht stark ändern. Egal. Also wirklich, das ist heute ein Rennen, das nicht besser laufen hätte können. Natürlich wäre ich beim Starten ein bisschen besser vom Fleck weggekommen. Hätte ich da natürlich die ein oder andere Chance gehabt. Aber hätte wäre wenn. Also bis jetzt läuft wirklich alles im Schnürchen. Also bis jetzt. Also bis jetzt. Also bis jetzt. Also bis jetzt. Bis jetzt. Also bis jetzt. 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 Wir sind immer noch in diesen 3 Sekunden Fenster, 4 Runden vor Schluss, Ocon scheint das Ganze wirklich zu managen, keine größeren Probleme bei ihm, bei mir auch nicht, 2,2, 2,1, irgend sowas sind wir immer um die 2 Sekunden im Fenster zu Haga, ich hoffe natürlich, dass der vielleicht auch mit Yuki irgendwie in den Fight kommt, aber ja, nein, Yuki soll schon hinten bleiben, das wäre schon top für die Weltmeisterschaft, wenn wir da mal drauf blicken, weil auch eben Haga da wesentlich weiter hinten ist, die McLaren waren zu Beginn der Season, nicht stark, sind erst jetzt so am Ende hin gut geworden, erinnere mich ein bisschen an letzte Season und ich habe es tatsächlich geschafft gerade, wir sind ja in der letzten Runde und in der nächsten Bonocon dran, ich weiß nicht genau, wie ich das noch hingebracht habe, seine Pace wurde immer langsamer und wir sind jetzt hier tatsächlich dran, eine Runde frischere Reifen, das sollte eigentlich so toll funktionieren, dass das eigentlich nichts geht, wir haben die Orphal-Jagd bestanden, sind jetzt hier im Sekunden, im Zehntel Fenster, also sogar fast unter einer Zehntel, gehen hier neben Ocon dran, ja, das schickt uns hier ein bisschen weit, hätte auch zurückstecken können, natürlich, aber das könnte noch einmal wirklich eine ganz, ganz enge Nummer werden, die Reifen sind, ja, fast auf Fetzen hin, also wirklich durch dieses Pushen, 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 Pushen und auch das ein oder andere Überhummern über müssten wir da tatsächlich ordentlich Reifen verbrennen, aber das könnte, nein, das klappt nicht mehr, Leute. Ich habe es wirklich geschafft, auch noch diesen dreieinhalb Sekunden-Polster von Ocon ihn abzuraspeln und wegzunehmen, aber nein, der Mann gewinnt das Rennen sowas wie von souverän, hat zwar, glaube ich, die letzten sechs, sieben Runden dann wirklich am Pace zurückgenommen, aber selbst das hat gereicht, Esteban Ocon gewinnt, verdient den Grand Prix, aber wir holen hier mit so einer tollen Aufholjagdorf auf einer Strecke, wo es eigentlich gilt, dass es kaum möglich ist, zu überholen, muss ich persönlich sagen, war das einer meiner größten Glanzleistungen, also hat wirklich Spaß gemacht, hat mir wirklich richtig, richtig, richtig gebockt. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige, fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Spins und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team! Und da haben wir nun das Final Klassement. Erster Platz geht an der SpawnerCon. Wir werden Zweiter und Max Verstappen nur Sechster. Das war eh ein semi-gutes Wochenende. Holen aber in der Konstrukteurs-WM 27 Punkte miteinander. Auch zwei Punkte theoretisch mehr als der Red Bull. Und auch als McLaren sind auch in der Konstrukteurs- und Fahrer-WM immer noch weit, weit vorne. Also das schaut wirklich alles top aus. Da dürfte auch jetzt nichts mehr großartig schief gehen. Im nächsten Rennen müssen wir dann das erste Mal, glaube ich, oder im übernächsten, sollten wir dann wirklich das erste Mal die Grid-Strafen uns nehmen. Denn in Japan bin ich eh nicht so gut. Da werden wir vermutlich dann mit Grid-Strafen ins Rennen reingehen. Und werden dann endlich mal probieren. Oder werden dann mal probieren, irgendwelche Strafen von weiter hinten zu starten. Und uns so ein bisschen den Vorteil für die letzten paar Rennen uns zu holen. Der Sponsor ist abgesprungen, das ist nicht gut. Da nehmen wir uns aber auch einen, der viel Payout in der Woche hat. Aber es bringt uns Geld, bringt nichts mehr. Es ist die letzte Season, Leute. Und das ist auch so ein bisschen Wehmut, oder? Abonniert gern kostenlos den Channel. Auch die Formel 1 geht am nächsten Wochenende los. Ich freue mich extrem drauf. Beziehungsweise am Samstag wird das schon das Rennen sein. Aber für heute soll es das dann mal gewesen sein. Danke für euren Support. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugeguckt habt. Für heute war es das mal. Bis zum nächsten Mal, später oder auf TikTok. Ciao. Bis zum nächsten Mal, später. 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 Untertitelung des ZDF, 2020